Hallo zusammen, jetzt ist es soweit, ich komme endlich dazu, euch mal eine Partie vom Wochenende, für den Start zumindest, zu zeigen, vom Bundesligaspieltag. Und zwar habe ich eine rausgesucht, wo ich selber gleich mal wieder gescheitert bin beim Skat. Das kommt logischerweise auch vor und du solltest ja mit deinen eigenen Fehlern mindestens doppelt, wenn nicht gar dreifach, so streng umgehen wie mit den Fehlern der anderen. Denn nur an deinen eigenen Fehlern kannst du ja was verbessern, da kannst du lernen, da kannst du dran wachsen. Und deswegen wollen wir uns die also auch ganz besonders genau anschauen. Was war also passiert? Letzte Serie des Turniers. Für mich ging es natürlich um gar nichts mehr. Ein Platz im Mittelfeld der Tabelle war klar, deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Spannung schon abgefallen und die Konzentration nachgelassen. Sollte aber natürlich nicht passieren, darf auch keine Entschuldigung sein. Auf jeden Fall ein hochkarätiger Tisch. In Mittelhand Eddie Severovic von Eurosgar Treuchtling, kämpft zu dem Zeitpunkt noch um den Bundesligatitel. In Hinterhand Ari Burgas von Caro Asmerbusch, für den ging es noch um einen Platz auf dem Treppchen. Also erstens zwei Top-Spieler am Tisch. Dafür spiele ich, sag ich mal, Skat, dass solche Konstellationen zustande kommen. Und es ging natürlich auch noch für alle um was. Jetzt also das erste Spiel. Bei 18 spielt Eddie in Mittelhand Kreuz. Das ist meine Gegenkarte. Mit meinen zwei Trümpfen habe ich das Spiel logischerweise jetzt aus der Viererlänge eröffnet. Caro Lusche eine ganz übliche und solide Spieleröffnung, hat Eddie aber gleich vor gewisse Schwierigkeiten gestellt. Also war für ihn keine günstige Eröffnung. Das merkte man gleich. Er hat lange überlegt. Dann schließlich wurde die Pik 9 abgetragen. Und Ari hat logischerweise das Caro As rausgenommen. Ist jetzt selber aber auch dann erst mal ins Büro gegangen. Kleinen Moment nachgedacht. Und dann kam von Ari die Pik 7 auf den Tisch. Nun war ich natürlich dran. Kann mich entscheiden, Pik 8 oder Pik 10. Pik 10 wäre jetzt vielleicht doch ein wenig zu verwegen. Doch wohl eher zu vermuten, dass Eddie das Ass hat, als dass Ari jetzt auch noch das Pik Ass hat und da unter ausspielt. Also Pik 8 denke ich jetzt hier die korrekte Karte. Und Eddie hat wie erwartet jetzt das Pik Ass und hat es auch rausgenommen. Jetzt ganz schematisch. Trumpf Lusche. Trumpf 10 von Ari. Ich bin untergeblieben. Kein Grund jetzt hier schon meinen Kreuz-Bugen-Stich zu beerdigen. Und jetzt kam auch Caro wieder zurück. Caro 8 von mir. Caro Dame. Das langt natürlich, um den Alleinspieler in Mittelhand zu bringen und unter Druck zu setzen. Der hat entsprechend auch mit dem Trumpf Ass jetzt zugeschnappt. Es folgte eine weitere ganz typische Trumpfrunde. Trumpf Lusche. Trumpf König. Von mir Kreuz Bube. Und jetzt ist so eine Schlüsselsituation. Ich bin am Spiel. Welche Karte sollte ich jetzt nachspielen idealerweise und warum? Ja, interessanterweise gibt es jetzt nur eine Karte, die uns den Sieg garantiert. Und das ist tatsächlich die Pik 10. Um darauf zu kommen, musst du jetzt aber wirklich schon erkannt haben, dass Pik Lusche im zweiten Stich blank war. Dass Pik Dame und König gedrückt sind. Gut, wenn die nicht gedrückt sind, wenn sie bei Eddie in der Hand sind, umso besser. Aber das ist auch nicht zu vermuten nach dem zweiten Stich. Und ja, das ist vielleicht eine Überlegung. Da kann ich gleich nochmal zeigen, wie man darauf hätte kommen können. Ich habe mir nur so ganz schematisch gedacht, warum zieht Eddie nicht in Herz Ass und 10 seinen Doppelläufer hin, wenn er hier etwa nur einen 5-Trümpfe hat? Vielleicht sitzt er da tatsächlich noch in dem bestellten Ass Ass König Lusche oder so. Und ich wollte hier meinem Partner etwas freispielen. Das hat jetzt nicht so richtig gut hingehauen. Es passierte Folgendes. Herz Ass und von Ari die Dame. Jetzt, wo Eddie die nächsten beiden Trümpfe eliminiert hatte, hat er auch Herz 10 hingezogen. Kriegt also hier den Doppelläufer. Und warum hat er den nicht direkt gezogen? Weil er jetzt eben erst auf 60 steht und noch einen weiteren Stich braucht. Den hat er jetzt mit der Herz Lusche. Und Ari stand eben noch auf. Den der schönen Trumpfgabel Pik und Karo Bube gegen den bestellten Herz Buben. Muss jetzt aber natürlich noch einmal abschmeißen. Karo König, Karo Lusche. Und Eddie hat das Spiel mit 64 Augen gewonnen. Ich verteile noch einmal die Karten, jetzt ganz offen, in die komplette Verteilung. Dann können wir uns das noch einmal im Detail anschauen. So, da bin ich wieder mit den komplett offenen Karten. Das waren also Eddies zwölf Karten. Er hat sowohl in Kreuz als auch in Pik jeweils vier. Und dazu Herz Ass 10 Lusche. Also eine Konstellation, die einfach jetzt nicht so typisch ist. Und das denke ich, ist auch der Grund, warum sowohl Eddie übrigens als auch mir hier ein nicht so sauberer Zug unterlaufen ist. Gut, Pik Dame und König drücken. Das ist denke ich plausibel. Das ist gut nachvollziehbar. Und jetzt das Kreuzspiel machen mit sieben Augen im Keller. Klar kann er günstig laufen, wenn der Doppelläufer in Herz kommt. Vielleicht ist Pik 10 blank. Vielleicht kann ordentlich was gestochen werden. Aber die Schwäche ist natürlich, dass es nur fünf Trumpf in Mittelhand sind, ohne eine Trumpfstärke. Und dass auch kein Stück Karo gedrückt ist. Und entsprechend ist die Karo Lusche natürlich eine unangenehme Karte. Denn das ist klar, dass darauf auch weder in diesem Stich noch im nächsten groß was zu erwarten ist, wenn der also jetzt gestochen wird. Deswegen hier nach langer Überlegung Abwurf Pik Lusche. Ari hat Pik As rausgenommen, hat jetzt selber überlegt, wie er das Spiel fortsetzen soll. Er hat vier Trumpf hier dagegen mit zwei Buben und der Trumpf 10 bestellt. Hat sich jetzt entschlossen, weil Karo zurück eben auch noch nicht so richtig gut ist, da er noch zwei Karos hat, erstmal jetzt den blanken Pik zu spielen. Denn es ist unwahrscheinlich, dass das die starke Farbe von Eddie ist, wo der da die Lusche abgetragen hat. Von mir die Lusche. Eddie das Ass auf 18 Augen. Jetzt erstmal nichts anmerken lassen. Trumpf spielen, Trumpf Lusche, Trumpf 10 und von mir die Trumpf Lusche. Das ist, denke ich, ein Stich, wo auch Eddie schon erkannt haben wird. Sehr wahrscheinlich stehen vier Trumpf dagegen bei Ari, denn es gibt eigentlich auch nur diese Trumpf-Konstellation, wo ich hier die Trumpf Lusche reindehe und den Stich nicht übernehme. Also dass ich jetzt Karo oder Pik Buben habe, das ist nicht zu vermuten. Sonst wäre ich da wohl rauf gegangen, um die Mittelhandposition zu erreichen. Auch Trumpf König kann es eigentlich nicht sein. So, Ari hatte seine blanke Pik geklärt. Jetzt kann er natürlich wunderbar wieder mit Karo weitermachen. Karo Lusche, Karo Dame, Kreuz Ass. Und mir sollte an der Stelle schon gedämmert sein, und genau das ist eben nicht passiert, dass eigentlich gar kein Karo gedrückt sein kann, dass Ari auch den Karo König noch haben muss, weil er sonst sofort im zweiten Stich, ohne groß zu überlegen, einfach die Karo Lusche wieder rausgespielt hätte. Wenn die also blank gewesen wäre, dann wäre es für ihn ganz leicht und ein ganz logischer Zug, im zweiten Stich die Karo Lusche zu spielen. Das heißt, als nach dem Karo Ass erstmal die Pik Lusche kam, kann ich natürlich davon ausgehen, dass vielleicht zwei Karos gedrückt sind, Karo Lusche und König, und deswegen Ari jetzt aus Pik 7 Dame König vielleicht die 7 spielt. Aber diese Idee muss ich eigentlich revidieren in dem Moment, wo hier die Karo 8 auf dem Tisch liegt. So, die steht jetzt auf 32, es langt ihm eben hier der Doppelläufer alleine noch nicht, aber er hat tatsächlich in der Konstellation, wenn er das mit den Trümpfen so erkennt, trotzdem jetzt schon einen stehenden Sieg in der Hand, wenn er einfach Herz Ass und 10 zieht. 28 auf 60 und dann danach die Pik 7 spielt, die Herz 7 spielt, dann gewinnt er, weil eben die Karos bei uns so verteilt sind, dass er auf jeden Fall noch einen Stich macht. Es wäre eine typische Situation, dass dann, wir können das einfach einmal durchspielen. Nehmen wir mal an, Herz Ass und 10 wird abgespielt, auf 60 Augen. Jetzt kommt Herz Lusche, wenn Ari mit seinen 3 Trümpfen nicht stechen will, sondern Karo König abschmeißt, mich stechen lässt, wunderbar, kann ich danach natürlich Karo oder Pik bringen, aber nachdem Eddie dann sticht, muss Ari rüber, und danach wird in Hinterhand der Herzbube eben noch einen Stich machen und damit den Sack zumachen. Das heißt, eigentlich ist die Gefahr größer, dass auf die Herz Lusche hier vom 3 Trümpfer gestochen wird, und wenn jetzt eben diese Drückungsvariation nicht mit 2 Pik der Fall wäre, wenn ich also nur einen Karo in der Hand hätte und noch einen Pik mehr, dann könnte ich jetzt etwa Karo 10 reinschmeißen und die Gefahr wäre dann, dass ich Karo König mit dem Kreuz Buben vorstechen kann. Das ging aber in diesem Fall tatsächlich eben nicht, weil gar kein Karo im Keller war und deswegen wäre das jetzt schon eine Siegkombination für Eddie gewesen. Die hat er aber eben auch nicht erkannt, sondern hat noch einmal Trumpf gespielt. Trumpf Lusche, Trumpf König, von mir der Kreuz Bube. Ja, und jetzt muss ich dann tatsächlich drauf kommen. Jetzt habe ich aber auch an sich, wenn ich es selber hier so nochmal durchanalisiere, alle Bausteine zusammen, um das Spiel zu erkennen, um die Drückung zu erkennen, und dann kann jetzt natürlich Pik 10 folgen. Pik 10 gestochen und damit wäre das Spiel erledigt gewesen. Ari hätte ganz sicher sofort den letzten Trumpf abgezogen, dann darf ich an der Stelle natürlich auch noch nicht die Karo 10 wimmeln, bzw. dann geht das Spiel auf 60 aus, aber wir können dann natürlich noch mehr machen, wenn ich erkenne, hier ist jetzt gerade der Trumpfabzug zugange, dann kann ich hier sogar Herz abwerfen. Auf Karo Überspiel hat Eddie keinen Trumpf mehr, muss abschmeißen und verliert jetzt hier sogar noch die Herz 10. Das heißt, wir hätten in dem Fall einen großen Sieg mit 74 Augen erzielen können. Und das, obwohl die Karte an sich auf Sieg stand. Also auf jeden Fall, denke ich, ein ziemlich interessantes Spiel, wo man dann auch sehen kann, so die eingebrannten Mechanismen, die Muster zu erkennen, in dem Moment, wo die Grundverteilung ein wenig ungewöhnlich war, nicht ganz so häufig, nicht ganz so offensichtlich, passieren da also solche Unschärfen und das selbst auf dem höchsten Niveau. Also für mich auf jeden Fall in der nachträglichen Analyse ganz klar, dass ich dann Bock geschossen habe. Am Tisch habe ich noch abgestritten, dass ich auf die Pik 10 kommen kann. Da habe ich gesagt, eher würde ich noch die Karo 10 spielen. Aber das ist einfach in der nachträglichen Analyse nicht aufrechtzuerhalten, diese Argumentation. Den Schuh muss ich mir also hier anziehen, dass ich da Eddie den guten Einstand in die Serie ermöglicht habe. Ja, beschweren brauche ich mich trotzdem nicht. Die Liste lief gut für mich und Spaß hatten wir alle mal. Bis auf Ari, der musste noch relativ kurzer Zeit die Liste verlassen nach drei Verlustspielen. Und das, obwohl er hier an sich im ersten Spiel als einziger, muss man sagen, alles richtig gemacht hat. Dann hoffe ich, dass ihr das genauso spannend fandet wie ich. Ich denke, ich melde mich demnächst mit weiteren Spielen aus der ersten Liga. Bleibt am Ball und wie immer gut bleibt. Ich denke, es wird sicher. Und das war bisher, glaube ich ihm. n